Bismillahirrahmanirrahim der zupft seine Augen dann sagt er zu seiner Frau gib mir mal die Tube Make-up bemalt seine Pickel wie ein Indianer und hat so eine Frauenhandtasche kennt ihr das? ich habe das gesehen in dieser heutigen Zeit Männer tragen Frauenhandtasche sieht aus wie eine Frauenhandtasche wir können auch zu dir nicht mehr Salih sagen sondern Salihah was hältst du davon? und die laufen auch so komisch in letzter Zeit die Männer habt ihr das mal gesehen? deswegen liebe Geschwister ein Mann bleibt bei uns ein Mann und diese Taten Sprich, mein Gebet, mein Opfer mein Leben und mein Tod gehören Allah